Grüß Gott und willkommen beim neuen Podcast vom Kanal Pater Pio. Ich habe heute einen Artikel gefunden, der sehr interessant ist, weil er uns zur Fastmeditation anregt. Und deswegen wollte ich den gerne mit Ihnen teilen. Und der heißt, es macht Sinn, dass das Coronavirus eine Strafe Gottes ist. Ich weiß jetzt, viele werden sagen, um Gottes Willen, was sagen Sie da jetzt? Aber warten Sie ab, die Ausführungen sind wirklich sehr, sehr interessant. Und ich wollte das mit Ihnen teilen. Ich habe das auf LiveSite News gefunden. Der Autor ist William Kilpatrick. Und unter dem Podcast bzw. unter dem Video hier finden Sie den Link zum Original in Englisch. Aber ich habe das übersetzt und wollte das gerne mit Ihnen teilen, weil natürlich, wir fragen uns alle, was ist das, was soll das? Und es gibt sogar einige Kardinäle, die sagen, es gibt keine Strafe Gottes, Gott straft nicht und basta. Aber selbst Pater Pio, für ihn war es, denken Sie zum Beispiel an denjenigen, der Pater Pio verflucht hat, als er in San Giovanni ankam. Und die genaue Geschichte erinnere ich mich jetzt nicht mehr, aber er kam eben an und zu seinem Taxifahrer sagte, ja, verflucht seid ihr da oben heute, ich würde gerne sein Begräbnis erleben. Und er stieg aus dem Auto aus und fiel tot um. Und Pater Pio kommentierte das nur lapidar. Ja, ja, ich war vollständig in Gott, der Fluch ist an mir abgeprallt und hat ihn getroffen. Also es gibt eine Strafe, manchmal ist sie umgehend, aber lassen Sie uns einfach diesen Text einmal lesen. Bevor ich damit anfange, dennoch wieder, wir haben uns vorgenommen, Pater Pio 5000 Abonnenten für diesen Kanal zum Geburtstag zu schenken. Und bitte helfen Sie mir dabei, dass wir das auch erreichen. Wir sind schon ganz weit, wir haben schon über 2100. Wenn wir es schaffen, wenn alle zusammenarbeiten, dann werden wir das schaffen, dass wir ihn 5000 zum 25. Mai präsentieren. Ich bin sicher, die Hälfte von Ihnen ist immer neu. Und Sie, diese Videos neu, abonnieren Sie den Kanal und schon sind wir unserem Ziel ein bisschen weiter. Da zeigen wir allen, dass Pater Pio uns am Herzen liegt und dass wir ihm helfen wollen, dass er Seelen zurück zu Gott führen kann. Vergessen Sie nicht, diesem Video auch ein Like zu geben und das auch zu teilen, wenn möglich. Teilen Sie es. Sie wissen, auch wenn Sie dieses Podcast teilen, sind Sie eingeschrieben in die Messe am nächsten Freitag, wenn Sie schon abonniert haben. Wenn Sie abonnieren, dann sind Sie auch eingeschrieben in die Messe am nächsten Freitag. Sie haben sich schon abonniert. Dann teilen Sie ein Video und Sie sind auch eingeschrieben. Und nicht nur die, und das ist natürlich jetzt vor Ostern in der gnadenreichen Zeit ganz wichtig, sondern auch die, die es sehen, weil sie es geteilt haben. Und unterhalb des Videos, ich wiederhole es nochmal und weise darauf hin, sehen Sie auch einen Link zur Familie der Pater Pio-Schützlinge. Das sind diejenigen und denen bin ich besonders dankbar, die uns auch finanziell helfen, dieses Apostolat am Laufen zu halten, nämlich über Ihre kleine oder größere Spende, damit sichergestellt ist, damit Sie die Bilder bestellen können und damit wir Werbung machen können und damit wir auch die anderen Dinge, die wir noch vorhaben, Ihnen präsentieren können. Das ist der Kreis der Pater Pio-Schützlinge. Schauen Sie rein und überlegen Sie es sich. Es macht Sinn, dass das Coronavirus eine Strafe Gottes ist. William Kilpatrick. Und ich lese Ihnen diesen Artikel einmal vor. Ich finde ihn wirklich sehr interessant. Also immer, wenn es zu donnern begann, sagten mein älterer Bruder und ich, die wir uns für besonders schlau hielten, dass die Götter zornig sein müssen. Dies wurde in wissentlicher Weise getan und sollte unsere Überlegenheit gegenüber jüngeren Kindern demonstrieren, aber auch gegenüber sozusagen primitiven Menschen, die nicht erkannten, dass der Donner vollständig durch die Wissenschaft erklärt werden kann. Arme, umnachtete Wilde. Wenn sie nur ein wenig von Wissenschaft verstünden, hätten sie erkannt, dass die Götter nichts damit zu tun haben. Das dachten wir jedenfalls. Aber natürlich dachten wir nicht sehr gründlich über die Sache nach. Die Wissenschaft verstand die Mechanik von Donner und Blitz und das war alles, was man wissen musste. Aber vergessen wir die Strohmann-Primitivgötter, die wir leichtfertig abgetan haben. Wie steht es mit dem Gott? Der Gott, der Himmel und Erde, den Regen, die Wolken, die Ionen und die Atome schuf. Wenn er die Naturgesetze geschaffen hat, wäre er dann nicht in der Lage, die natürlichen Prozesse in seinen Dienst zu stellen? Diese Gedanken kamen mir beim Lesen einer Rede des katholischen Historikers Roberto de Mattei in den Sinn. Roberto de Mattei, Klammer auf, ist ein Historiker und Kirchenhistoriker aus Italien, für die, die ihn nicht kennen. Und der ist veröffentlicht sehr regelmäßig und häufig und hat eben einen Artikel darüber geschrieben. Klammer zu. Ende des Zitats. Der Vortrag von Professor Mattei war zum Teil eine Antwort auf eine Erklärung von Kardinal Angelo Schola, das ist der Kardinal von Milan, der bestritt, dass die Coronavirus-Epidemie etwas mit der göttlichen Strafe für die Sünde zu tun habe. Eines ist sicher, sagte Schola, dieses Virus wurde nicht von Gott gesandt, um die sündige Menschheit zu bestrafen. Es ist ein Effekt der Natur. Kardinal Schola lehnte die primitive Ansicht, dass die Götter zörnig sein müssen, faktisch ab. Aber glaubt er, dass Gott nichts mit dem Coronavirus oder anderen Naturkatastrophen zu tun hat? Schließlich definieren selbst die Wörterbücher eine Naturkatastrophe, ein Hurricane, eine Überschwemmung oder ein Lauffeuer als Akt Gottes. Wenn Naturkatastrophen eine übernatürliche Dimension haben können, wenn sie sowohl Natur- als auch Naturereignisse sind, was ist dann ihr Zweck, sie zuzulassen? Der Theologe Peter Kwasniewski kommentiert die Rede von Professor de Mattei. Zu diesem verborgenen Plan gehört auch Gottes Strafe für die Sünden der Menschen, die uns alle betreffen, da wir alle in den Sündenfall Adams verwickelt sind. Und kein Mensch kann behaupten, ohne persönliche Sünde zu sein. Selbst wenn wir keine schweren Sünden haben, stehen wir alle wegen unserer Beziehung zu Adam unter dem gleichen Urteil. Und es ist wahrscheinlich, dass unsere Sünden schwerer sind, als wir denken. Wir tragen vielleicht keine direkte Verantwortung für die Sexualisierung der Gesellschaft oder für die Korruption in der Kirche. Aber wie viel haben wir wirklich getan, um sie zu stoppen? Haben wir uns dafür entschieden, vielleicht sogar wegzuschauen? Hat uns die Feigheit daran erinnert, daran gehindert, unsere Stimme zu erheben? Selbst wenn sie auf ihrem Niveau ihr Bestes getan haben, um das Unrecht in Kirche und Gesellschaft zu korrigieren, gibt es noch eine andere Möglichkeit zu bedenken. Die Möglichkeit, dass die Situation so völlig außer Kontrolle geraten ist, dass nur ein göttliches Eingreifen sie umkehren kann. In der Tat haben viele Katholiken, nachdem sie gesehen haben, wie verzweifelt die Situation geworden ist, für ein göttliches Eingreifen gebetet. Aber wie haben wir erwartet, dass es aussehen würde, dieses Eingreifen? Feuersbrünste vom Himmel, die nur böse, kardinele, korrupte Politiker und Magnaten der Pornoindustrie vernichten sollen? Die Möglichkeit, dass das Coronavirus nicht nur eine Wirkung der Natur, sondern auch eine göttliche Strafe für die Sünden vieler ist, wirft einige unbequeme Fragen auf. In erster Linie lässt sie uns fragen, ob Gott ein guter Gott ist. Doch wie der Theologe Thomas Vainandi erklärt, ist es gerade deshalb, weil Gott gut ist und weil er möchte, dass wir heilig und untadelig vor ihm sind. Dass seine Heilungen für das, was uns plagt, alles andere als schmerzfrei sind. Weil er das Gute selbst ist und sich selbst liebt, liebt Gott alles Gute. Und deshalb muss er von Natur aus das Böse hassen. Wenn Gott das Böse tolerieren oder entschuldigen würde, oder wenn er meint, dass es nur von geringer Bedeutung wäre, wäre er nicht allwissend und allliebend, denn er würde das Böse gutheißen und damit am Bösen selbst teilhaben. Viele Menschen werden natürlich immer noch die Möglichkeit scheuen, dass eine Epidemie oder ein Erdbeben eine göttliche Strafe ist. Aber sie mögen offen für die Möglichkeit sein, dass es eine göttliche Erinnerung ist, dass Gott uns daran erinnert, dass wir vom Weg abgekommen sind, der zum ewigen Glück führt. Aber ob man den Akt Gottes als Straf oder als Mahnung betrachtet, bleibt eine Frage. Warum muss sie so streng sein? Könnte Gott uns nicht auf sanftere Weise zeigen, dass wir vom Weg abgekommen sind? Sagen wir sieben Tage Regenwetter, begleitet von einer schlimmen Erkältung. Warum muss die Mahnung eine Pandemie oder ein Feuer oder eine Überschwemmung sein? Hier kommen wir zu der Frage nach unserer eigenen Natur und zu der Tatsache, dass wir alle Sünder sind. Unsere menschliche Natur neigt nicht nur zur Versuchung oder der Versuchung nachzugeben, sondern macht uns auch blind für die Schwere unserer Sünden. Im Rückblicke können wir manchmal erkennen, dass unsere früheren Sünden viel schwerwiegender waren, als wir damals erkannten. Aber oft scheinen unsere gegenwärtigen Sünden nicht so schlimm zu sein. Tatsächlich erscheinen sie uns als bloße Vergehen, als Kleinigkeiten, wenn wir sie überhaupt erkennen. Glücklicherweise versteht Gott diese Blindheit. Als Christus seinen Vater bat, seinen Mördern zu vergeben, denn sie wissen nicht, was sie tun, sprach er nicht nur von römischen Soldaten, sondern von uns allen. Da Christus starb, um unsere Sünden zu sühnen, sollte uns die Art seines Todes viel über die schrecklichen Folgen der Sünde sagen. Aber viele sind mit der Geschichte des Evangeliums nicht vertraut und viele, die sie kennen, ignorieren sie oder lehnen sie ab oder vergessen sie. Es liegt also nahe, dass über die Tatsache hinaus, dass Gott für unsere Sünden gestorben ist, manchmal weitere Schocks nötig sind, um uns sowohl für die Güte Gottes als auch für unseren eigenen Ruf zum Guten zu erwecken. Einige christliche Apologeten behaupten, dass Gott ein Gentleman sei und uns deshalb nie gegen unseren Willen zum Guten zwingt. Es stimmt, dass Gott unsere freie Wahl nicht außer Kraft setzt, aber die Idee braucht eine Einschränkung. Obwohl Gott uns nicht zwingt, scheint er oft starke Anreize zu geben, um uns bei der Wahl des richtigen Weges zu helfen. Und viele dieser Anreize kann man kaum als sanftmütig bezeichnen. Schließlich kommen viele Bekehrungen erst, wenn der Sünder den Tiefpunkt erreicht hat. Es mag sein, dass Christus manchmal in der Gestalt des Türstehers zu uns kommt, der uns auf den Bürgersteig wirft und uns dann mit einem Eimer kalten Wassers übergießt. Es ist besser, sich an den Christus zu erinnern, der die Geldwechsler aus dem Tempel geworfen hat, als sich an ihn als einen wohlerzogenen viktorianischen Gentleman zu erinnern. Sie wissen nicht, was sie tun. Geht für Menschen aller Altersgruppen, denn die Menschen aller Altersgruppen sind blind. Denn Menschen aller Altersgruppen sind blind für die Schwere ihrer Sünden. Aber es hat eine besondere Bedeutung für unsere heutige Zeit. Es geht nicht so sehr darum, dass die Modernen Gott ablehnen, sondern dass sie ihm gegenüber gleichgültig geworden sind. Und da sie Gott aus den Augen verloren haben, haben sie einen verminderten Sinn für Sünde und Erlösung. In einem kürzlich erschienenen Artikel weist Franz Mayer darauf hin, dass mit der Beschleunigung der Säkularisierung ererbte religiöse Gewissheiten schwächer werden, für viele Erwachsene irrelevant und für die Jugend unverständlich sind. Die erwachte Generation ist für viele Dinge wach, aber nicht für das, was wirklich zählt. In diesem Licht kann das Coronavirus nicht einfach als ein Akt Gottes, sondern als ein Akt der Liebe Gottes gesehen werden. Angesichts des finanziellen Ruins, der Möglichkeit unseres Todes oder des Todes eines geliebten Menschen sind wir gezwungen, über den Sinn und Zweck unseres Lebens nachzudenken. Gezwungen, über die sorgfältig kultivierten Ablenkungen hinaus zu sehen, die uns von Gott und unserem eigenen ewigen Glück abdriften lassen. Und wenn das nicht, Klammer auf, uns erinnert an Pater Pio, wie er die Menschen manchmal mit einem Schock daran erinnert hat, einem riesigen Schock daran erinnert, was der richtige Weg ist. Was der richtige Weg ist, den sie verlassen hatten und den sie nicht einmal mehr sahen und auch gar nicht darüber im Klaren waren, dass sie auf einem falschen Weg waren. Und plötzlich sahen sie Pater Pio, sahen sein Gesicht und wurden sich ganz klar darüber. Und das ist, wie gesagt, für mich immer wieder der Anlass, daran zu erinnern, dass sie bitte, bitte dieses Video liken, damit wir sichtbarer werden, damit YouTube uns nach oben bringt und damit wir diese Sachen, diese Botschaft hinausbringen in die Welt, dass dort jemand ist, der uns helfen kann, uns selbst zu verstehen und uns selbst zu sehen, so wie Gott uns sieht. Und uns dann auf den Weg zu begeben, auf den richtigen Weg zu begeben, womöglich umzukehren und in die andere Richtung zu gehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie liken, dass sie abonnieren, dass sie kommentieren. Kommentieren sie diesen Artikel, darüber würde ich mich freuen, denn sicherlich gibt es da viel zu besprechen und das führt aber auch mal gleich dazu, dass Pater Pio mehr gesehen wird. Also ich wiederhole das nochmal. In diesem Licht kann das Coronavirus nicht einfach als ein Akt Gottes, sondern ein Akt der Liebe Gottes gesehen werden. Angesichts des finanziellen Ruins, der Möglichkeit unseres Todes oder des Todes eines geliebten Menschen, sind wir gezwungen, über den Sinn und Zweck unseres Lebens nachzudenken, gezwungen, über die sorgfältig kultivierten Ablenkungen hinaus zu sehen, die uns von Gott und unserem eigenen ewigen Glück abdriften lassen. Paradoxerweise kann die Krankheit auch das Heilmittel sein. Gehen wir zu der Möglichkeit zurück, dass die Epidemie eine göttliche Intervention sein könnte. Wenn ein Chirurg eingreift, um einen krebsartigen Tumor zu entfernen, der uns tötet, kann Gott auf radikale Weise eingreifen, um eine spirituelle Krankheit zu beseitigen, die die Seelen tötet. In East Coker, das ist wohl ein Buch von T.S. Eliot, bezeichnet T.S. Eliot eben Christus als den verwundeten Chirurgen, der mit scharfem Mitgefühl operiert. In Zeilen, die den paradoxen Charakter der gegenwärtigen Pandemie einfangen, schlägt er vor, dass die Heilung unserer Krankheit des Geistes möglicherweise voraussetzt, dass sie sich zunächst verschlimmert. Und das ist jetzt von T.S. Eliot. Unsere einzige Gesundheit ist die Krankheit. Wenn wir der sterbenden Krankenschwester gehorchen, dessen Pflege nicht, ständige Pflege nicht darin besteht, zu gefallen, aber um an unseren und Ahlendabens Fluch zu erinnern, um das zu heilen, muss sich unsere Krankheit verschlimmern. Kardinal Skola sagt, dass der Virus nicht von Gott gesandt wurde, um die sündige Menschheit zu bestrafen. Aber Jesus sagte seinen Jüngern ganz klar, dass Sünder, die nicht bereuen, ewige Strafe erwartet. Warum ist es so schwierig, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass Gott Strafen oder Mittel auf die Erde schickt, um uns vor einer weitaus schlimmeren Bestrafung in der Ewigkeit zu retten? Es wäre nachlässig, er wäre nachlässig wie ein Vater, wenn er uns in die Gefahr abdriften sehe und nichts dagegen tun würde. Soweit der Artikel, der, wie ich finde, wunderbar aufzeichnet, um was es hier geht, um was wir uns Gedanken machen sollen und das passt perfekt zu Pater Pio, dem es vor allen Dingen wichtig war zu erkennen, dass unser ewiges Leben das wirkliche Leben ist und dass wir hier nur eine Vorbereitungszeit haben auf das ewige Leben und die dürfen wir nicht verspielen und wenn wir jetzt diese Pandemie haben, dann haben wir auch Zeit darüber nachzudenken, wie wir uns auf einen, auf welchem Weg wir uns überhaupt befinden und wie wir uns am besten vorbereiten auf einen eventuellen Tod. Denn es kann jeden treffen, das wissen wir, es muss nicht jeden treffen, aber es kann jeden treffen und angesichts dieser Tragödie sind wir aufgefordert, wirklich darüber nachzudenken, was wichtig ist. Pater Pio hat das immer getan. Mit allen, die zu ihm kamen, hat er die vor die Wahl gestellt, entweder umzukehren oder er wurde einfach aus dem Beichtstuhl geworfen. Wenn du keine Reue hast, dann kommst du nicht weiter. Aber Pater Pio setzte immer die Gnade in die Herzen dieser Leute und die meisten kamen wieder und haben sich gründlich bekehrt. Lassen Sie uns Pater Pio helfen, dass er das weitermacht, dass er die Seelen fängt, sie umkehrt und sie darauf vorbereitet, dass sie in den Himmel gehen und nicht dorthin, wo keiner hin will, nämlich in die Hölle. Und das ist die Botschaft, die wir bringen wollen und deswegen brauche ich Ihre Hilfe. Liken Sie, abonnieren Sie den Kanal, verbreiten Sie diese Videos. Das war es für heute aus diesem Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Im Namen des Pater, des Filets, des Espíritus, 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 des Espíritus. Okay, Steve. Untertitelung des ZDF, 2020